Herzlich willkommen zum Healthcare Symposium am 28. November. Ein großartiges Programm erwartet uns. Zum Beispiel eine Gen-Detektivin, eine Artificial Intelligence Pionierin und ein EMA-Chefmediziner werden zusammentreffen. Sie zeigen, welche innovativen Therapien auf ihren Einsatz in der modernen Medizin warten. Gemeinsam wollen wir natürlich darüber diskutieren, ob Österreichs Gesundheitssystem fit dafür ist und wie wir diese Hightech-Medikamente Patienten hierzulande zur Verfügung stellen können. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit beim Healthcare Symposium am 28. November. Ich zähle auf Sie.